Ja, ist Network Marketing Abzogge, da möchte ich dir meine Erfahrungen geben. Ich war in 10 Network Marketing Firmen und ich wurde einmal wirklich abgezockt. Ich habe da viel Geld verloren und ich möchte diese Erfahrungen eben von mir aus bringen. Wie gesagt, ich habe viele Erfahrungen gemacht. In 10 Network Marketing Firmen war ich, beim 10. Mal hat es dann geklappt. Das heißt, ich war 9 Mal erfolglos, muss ich sagen. Und beim 10. Mal dann kam der Durchbruch. Von den 9 Mal, wo ich erfolglos war, war eine Firma dabei. Die erinnere ich mich noch immer, weil es mir viel Geld gekostet hat. Ich bin auf eine Veranstaltung gegangen. Ich habe damals dieser Person, meiner Kontaktperson gesagt, dass wir kein Geld haben. Dass wir nicht wissen, wie wir das investieren sollen. Und wenn wir es investieren, dann muss es zurückkommen. Diese Person hat mir gesagt, ja, das geht auf jeden Fall. Das ist eine tolle Geschäftsidee und so weiter und so fort. Es war ein riesen Hype auf dieser Veranstaltung und ich habe dort investiert. Damals für mich, ich glaube, es waren so 4.000, 5.000 Euro. Vielleicht klingt das gar nicht so viel für dich. Für mich war es damals ein Vermögen. Weil ich wusste nicht am nächsten Tag, wie mir die Windeln kaufen von den Kindern. Gar nichts mehr. Es war wirklich keine schöne Situation. Diese Person, bin ich dann draufgekommen, war in einem sogenannten Schneeballsystem. Und den Unterschied habe ich dann erst kennengelernt zwischen Network Marketing und Schneeballsystem. Und hier war es so, dass man sich eine Karte gekauft hat für ein Einkaufsportal. Und das hat eben 3.000 bis 5.000 Euro gekostet. Und man hat daran Geld verdient, dass der Nächste wieder so eine Karte, einen Zugang kauft. Das Interessante war, und das habe ich irgendwie nicht gecheckt, dieses Einkaufsportal war irgendwie eigentlich nur eine Tarnung. Weil es waren eigentlich nur Affiliate Links sozusagen. Also Partnerprogramme, die man selber hätte machen können. Es ist alles gut vermarktet worden. Unser Partner ist Amazon, unser Partner ist der und so weiter. Und das war wirklich schlimm. Ich weiß ganz genau, Network Marketing ist keine Abzocke. Wie kann ich das sagen, obwohl ich 5.000 Euro verloren habe? Weil ich dann in 8 Firmen war, wo ich weiß, das sind seriöse, stabile Firmen. Für mich ist immer wichtig, dass ich nachschaue. Ich bin ja in Österreich, da schaue ich nach bei der Wirtschaftskammer. Ist dieses Unternehmen in der Sektion Direktvertrieb gelistet? Kennt man dieses Unternehmen? Dann ist es für mich schon mal ein gutes, gutes Zeichen. Und wie gesagt, das ist der grobe Unterschied. Network Marketing ist bestimmt keine Abzocke. Es gibt Systeme, die sich tarnen, die aber dann Schneeballsysteme sind. Und eines ist, ja, manche sagen dann, die auch in einer guten Network Marketing Firma waren, wo ich auch war, und die so wie ich keinen Erfolg hatten, die sagen, das ist Abzocke, weil sie keinen Erfolg hatten. Aber das habe ich auch festgestellt, es liegt am System, an der Art und Weise, wie man arbeitet. Ich war in 9 Firmen, ich bin 9 Mal gescheitert, ich habe viel getan, ich habe Homebottes gemacht, Geschäftspräsentationen, ich habe Menschen angesprochen auf der Straße, im Restaurant, überall. Ich habe alles gemacht, was mir gesagt wurde. Und ich hatte keinen Erfolg. Bis ich dann für mich lernte und gesagt habe, ich möchte das nur mit Facebook machen, ohne Werbung zu schalten. Habe dann im 10. Unternehmen das nur mit Facebook gemacht, mit einer Facebook Gruppe, mit Webinaren. Das heißt, ich habe mit Webinaren gearbeitet und einer Facebook Gruppe. Und ja, wenn du wissen möchtest, wie dieses System funktioniert, schau einfach jetzt unterhalb vom Video, da kriegst du dieses weiterführende Gratistraining. Also Network Marketing ist bestimmt keine Abzocke. Es gibt Firmen, aber das sind Pyramidensysteme, Schneeballsysteme. Und ja, wünsche dir viel, viel Erfolg im Network Marketing. Schön, dass du da bist und vor allem rock it. Bye, bye. Ciao, ciao.